Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen Harry Denston für uns finden. Er schultert ihm Geld. Und deshalb sind Sie von uns aus der ideale Mann für die Sache. Außerdem kennen Sie Harry. Hier, Fraser. Hören Sie, ich glaube, ich habe eine Spur gefunden. Was wollen Sie? So, eigentlich will ich nichts Besonderes, nur einen guten Rat möchte ich Ihnen geben. Sie sollen aufhören, Harry Denston zu suchen. Jetzt hören Sie auf zu bluffen, Killick. Das ist eine heikle Sache, Fraser. Aber worum handelt es sich bis los? Vor rund sechs Wochen ist einer unserer Leute, Leo Salinger, bei einem Verkehrsunter in Amsterdam tödlich verurteilt. Am Steuer des Wagens saß Barbara D. In den Akten heißt die Geschichte der Fall Salinger. Sie sollen sie auch machen. Darf ich Sie zu einem Genie da einladen? Das ist eine Aufnahme des Unfalls. Wie um Himmels Willen kommt dieser Film in meine Kamera. Mr. Fraser? Ja? Mein Name ist Van der Kahr. Das ist eine Aufnahme des Wagens saß.